Ein kanadischer Vater soll am Montag vor Gericht erscheinen. Sein angebliches Verbrechen handelt sich darum, dass er gegen die Geschlechtsumwandlung seines 13-jährigen Kindes gehandelt hatte. Alison Lee von NTD News hat die Details. Ein Vater in British Columbia, Kanada, sitzt in Haft, weil er sich angeblich einem bestehenden Veröffentlichungsverbot von Informationen in Bezug auf sein transsexuelles Kind im Teenager-Alter widersetzt hat. Der Vater wehrte sich dagegen, dass seine 13-jährige Tochter sich in einen Jungen verwandelt, verlor aber vor Gericht. Ein Freund von ihm erklärt NTD die rechtlichen Hintergründe. Der BC Infants Act Artikel 17 Absatz 2 artikuliert im Grunde ganz klar, dass wenn ein Minderjähriger den Nutzen und die Gefahren einer medizinischen Behandlung versteht, die von lizenzierten medizinischen Fachkräften durchgeführt wird, er keine elterliche Zustimmung braucht. Die Schule und die Ärzte des Kindes unterstützten die Geschlechtsumwandlung. Ein Gericht in British Columbia erließ ein Veröffentlichungsverbot für die Informationen des Kindes und der Ärzte im Jahr 2019. Aber der Vater sprach mit den Medien darüber und gab verbotene Informationen weiter. Dafür wurde er letzten Monat inhaftiert. Park sagt, dass BC's Infants Act missbraucht werde. Es war für Schutzimpfungen gedacht, also in der Schule, in der 6. und 9. Klasse. Aber jetzt versuchen einige Aktivisten, diese Kindergesetzklausel zu benutzen, um ihre Agenda voranzutreiben. Das bedeutet, Kinder in ein Transgender-Lager zu drängen. Park sagt, er stimme zu, dass die persönlichen Informationen der Minderjährigen geschützt werden sollten, aber nicht die der Ärzte. Es ist im öffentlichen Interesse, die Namen dieser Ärzte offen zu legen. Sie sollten sich einer offenen Debatte stellen, einer offenen Diskussion darüber, ob sie das Richtige für das Kind tun. Und wenn sie nichts zu verbergen haben, sollten sie nicht das Gericht darum bitten, die Veröffentlichung ihrer Namen zu streichen. Der Prozess gegen den Vater beginnt am 12. April. Wenn er für schuldig befunden wird, drohen ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis. Park sagt, dies sei nicht nur in BC ein wichtiger Fall, sondern in der ganzen Welt, da viele Eltern im Moment das Gefühl haben, dass ihnen ihre Kinder weggenommen werden. Alison Lee, NTD News.